Herzlich Willkommen zu einem Let's Battle in der Season. Ja, das Season Team wurde erneut herausgefordert. Ähm, ja. Was nehmen wir denn als erstes? Er hat eine... Gehen wir erstmal auf den Gegner ein. Er hat ein Frustetje, ein Gewalt, ein Glurak, ein Panferno, ein Lucario und ein Vultenso. Sieht doch ganz nett aus. Frustetje, könnte ich mir vorstellen, dass das als erstes gespielt wird. Ähm, dafür werde ich als erstes mal Blitzer raushetzen. Ähm, obwohl, mir fällt da gerade was auf. Ich spiel dich als erstes. Mir ist aufgefallen, er hat keine Art Wasser-Pokémon oder sonst was. Was jetzt direkt gefährlich werden könnte. Außer vielleicht jetzt, ähm, ja, Erdbeben. Aber einen direkten Typ hat er jetzt nicht zum Blocken. Deswegen werde ich jetzt erst mal mit meinem Flammarer, Linea, werde ich jetzt erst mal draufhauen. Oh, da haben wir auch schon mein... Das einziges Pokémon, vor dem ich so ein bisschen Respekt hatte mit Flammarer. Na, mal gucken. Ich verwende jetzt erst mal den Fluch. Ich bin mal gespannt, was mein Gegner macht. Flammarer hat mir, glaube ich, von der Season her noch nicht im Einsatz. Mal gucken, ob er Erdbeben macht. Er macht Nahkampf. Das ist jetzt blöd, dass ich Fluch gemacht habe. Außer wir halten gut stand. Okay, dann Verteidigung sinkt, das ist klar. Jetzt machen wir Fluch. Aber das nützt uns leider nichts. Das ist das Blöde. Wir haben nämlich Überrest in der Unterrinne. Da wäre jetzt ein Citrus-Bäre eher angebracht gewesen. Weil den Treffer stecken wir nicht erneut weg. Ich greife zwar an, aber das geht nach hinten los. Das kann ich euch schon mal garantieren. Okay. Aber dafür hast du jetzt eine Verteidigung, die ins Bohnenlose geht. Ich gucke mal, ob ich meinen Gegner zu einem Zwangswechsel überreden kann. Aber soll ich das jetzt so machen oder nicht? Ich könnte auch mit Kralle versuchen, mit Dantanz mich zu pushen. Aber ich will mal was ausprobieren. Blitzern ist auf jeden Fall schneller als Panferno. Zumindestens meins. Und mit Ladestrahl könnten wir sogar Panferno ausknocken. Außer es trägt jetzt ein Fokusgurt. Weil die Hälfte der Verteidigung jetzt noch... Das könnte sehr kritisch werden für Panferno, wenn er diesen Treffer jetzt nochmal durchstellt. Ich bin ja mal gespannt. Er ruft zurück. Und holt wohl Tenso raus. Hast du Blitzfinger drinne? Das stört mich ganz ehrlich gesagt nicht. Wenn ich einen Spätsangriffsschub kriege, ich einen Spätsangriffsschub. Aber ich kriege keinen Spätsangriffsschub. Ich mache aber dennoch erneut Ladestrahl, um einen Spätsangriffsschub eventuell zu kassieren. Denn Vultenso beherrscht jetzt... Ach komm. Ich habe es echt manchmal mit diesen Gnauschkeit. Toxin. Ein Vultenso mit Toxin spielen. Jetzt muss ich doch überlegen. Sollte ich dir lieber zuschlagen oder nicht? Und jetzt überlege... Hm. Ich schlage lieber zu. Zack. Ja, ich muss noch einmal zuschlagen. Citrusbeere. Okay. Genau deswegen. Ich korrigiere. Nicht deswegen. Also das war jetzt echt eine Lachnummer. Aber ob ich jetzt nochmal zu... Ähm... Aufpushen versuchen soll. Ähm... Was ich mir auf jeden Fall... Ähm... So mal durchdacht habe. Ich brauche mindestens zwei Angriffe, um ihn zu finishen. Da kann ich auch mal gucken, ob ich einen Ladestrahl rausknallen kann. Es ist halt blöd, dass da einen Ladestrahl jetzt daneben ging. Aber okay. Jetzt kriegen wir unseren Spätangrissschub. Dann werden wir ihn nicht bauen können. Weil wir sind sowieso jetzt für den Hintern. Wir überleben vielleicht jetzt noch einmal den toxischen Schaden. Und dann war's das. Weil uns fehlt jetzt exakt ein Zug. Hätten wir den einen Zug gehabt und hätte es getroffen, hätten wir einen Spätangrissschub gekriegt, hätten wir Voltenzo schon mindestens eine Runde früher erledigen können. Vielleicht sogar zwei Runden früher. Weil wir wesentlich mehr Schaden gemacht hätten mit Spukball. Aber okay. Leider, leider verlieren wir jetzt auch Blitzer. Aber der Vorteil ist jetzt, wir haben kein Elektro-Pokémon momentan als Gegner. Das heißt, ich könnte Kralle gut ausspielen. Aber was ich jetzt momentan eigentlich machen möchte, möchte ich erstmal raushauen. Krusher vs. Lucario. Hm, ist eigentlich aus unserer Situation ein relativ gutes Bild. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Lucario einen Fokusgurt trägt. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich Erdbeben mache. Könnten wir es one-hitten. Und der Gegner überlegt mir zu lang. Ich mach Felsgrab. Okay, ich versuche einen Fokusstoß in unseren Reihen zu wirken. Ich versuche jetzt erstmal einen Felsgrab hier. Verlangsamen wir erstmal unseren Gegner. Ich weiß aber nicht, ob jetzt Krusher schneller ist. Aber egal, wenn er jetzt einen Fokusgurt hatte, ist dieser Fokusgurt jetzt eliminiert. Ich bin echt gespannt, ob er jetzt sich was anderes überlegt oder ob er wechselt. So, ob er wechselt oder weiter angreift. Okay, sein Lucario ist dennoch schneller. Okay. Krusher ist jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Pokémon. Aber hier kann Aurasphäre und Fokusstoß. So eine Sache, die mich so ein bisschen stutzig macht. Wieso beides? Ich bin schon mal gespannt, wie du jetzt als nächstes rausholst. Geh Waldroh! Ja, wir könnten mit Nice-Attacke dagegen ankommen oder wir könnten auch wechseln, denn wir besitzen Glurak und Glurak hat eine Doppelresistenz gegenüber Pflanzenattacken. Dadurch haben wir unseren Vorteil. So, Glurak. Na. Und Gewaltroh mit Laubklinge spielen ist eine physische Attacke und Gewaltroh ist eher speziell. Das war sogar mit Kombination mit Lebensorb, also ist ja, geht eigentlich. So, Flammenwurf oder Luftschnitt? Luftschnitt geht eher daneben, deswegen mache ich doch lieber Flammenwurf. Wo der wahrscheinlich wechselt. Jupp. Hätte ich doch Luftschnitt spielen sollen. Denke ich. Oh, geht er eigentlich? Glurak gegen Glurak. Dann will ich jetzt wissen, wer hier mehr Power hat oder wie. Also wenn unser Glurak schneller ist, ist er jetzt besiegt. Das kann ich euch garantieren. Weil den Luftschnitt wird er nicht überleben. und zack. Oh, doch, Kratzo. Wow, bin ich überrascht. Kraftreserve. Typ Stein? Ne, müsste Typ Wasser sein, weil Stein hätte uns jetzt ausgenockt. Ich könnte jetzt auch Kraftreserve spielen. Mach ich aber nicht. Mach Flammenwurf. Oh ja. Erstens, Großbron aktiviert sich. Zweitens, wenn er jetzt ein anderes Pokémon abgesehen von Panferno reinholt, Panferno weiß, dass er schneller ist, haue ich die Loa-Kanonade raus mit Großbrand-Effekt und Lebens-Op, beziehungsweise es stimmt, es wird sterben. Oder? Na, schade. Schade, schade. Ich gedacht, man könnte es jetzt so ein bisschen ausnutzen noch. Gut, also, ähm, hat sein Gewaltrow zurückrufen und wir hätten noch ein Panferno als Gegner. Ich hole Crusher wieder raus. Gewaltrow und Panferno haben wir noch als Gegner. Ich denke, man holt Gewaltrow jetzt. Nein. Er ist gegen die Natur gegangen. Aber was ich mir denken kann, er wird wechseln. Ich werde jetzt einfach mal mit Eissieb vorsorgen und einfach auf seinen Wechsel spekulieren. Wenn Panferno draußen zu haben, wäre Schwachsinn. Aber er macht... Ah, er hat Strauchler. Okay. Da ist es verständlich, dass er es draußen behält. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Okay. Ich steh'n echt mit dem Rücken zur Wand. Schlotkraut. Ich würde gern wissen, wie schnell sein Panferno ist. Wir hätten eine Kraftreserve mit dem Typ Boden zu bieten. Aber er hat noch zwei Pokémon, die locker, wirklich lockerlässig, ähm, hier aufräumen könnten. Also von ihm. So, ich muss jetzt drauf hoffen, dass Kalle zwei Treffer wegstecken kann. Strauchler dürfte nicht allzu viel Schaden machen, weil Kalle nicht so extrem schwer ist. Ich hoffe zumindest, dass du so viel Übergewicht hast, dass diese Attacke dich jetzt moan hattet. Nee. Super. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ähm, das ausreicht, um Panfernos Geschwindigkeit zu übertreffen. Deswegen werde ich erneut Drachentanz einsetzen. Oh, verdammt, das hat ausgereicht. War egal. So schnell war sein Panferno doch dann da gar nicht. Warte, nochmal Strauchler. Gut. Jetzt aktiviere ich unsere Citrusbeere. So, haben wir jetzt über 80 Kp? Nein, haben wir nicht. Shit. Okay, das könnte doch jetzt ein bisschen knapp werden. So, ich hoffe jetzt, dass dieses Panferno kein Fokusgurt trägt. Wenn er trägt das ein Fokusgurt, haben wir ein Problem. Außer er ist schräg zurück. Und, Fokusgurt. Nein. Kein Fokusgurt. So. Jetzt haben wir wieder so ein schönes, geboostetes Impelgator. Ach ja, Impelgator. Rett ist mein Tag. Ich hoffe es. Also wir haben zumindest so viel Kp, dass wir keinen First Strike One-Hit abkriegen können. Welcher Pokémon hat er noch? Hat er noch Tunuktu gehabt? Ne. Er hat Tunuktu, was er hatte. Na, da kommt Gewaltrow erst mal. Gewaltrow werden wir jetzt mit einem Eishieb einfach mal in die Schneewüste verfrachten. Gewaltrow, ne, auch wenn du jetzt Initiative hast, zweimal Drachentanz kannst du nicht überbieten. Ne, kann's nicht. Geht nicht. Nix da. Au. Versuchst Zeit zu schinden. Oder du versuchst einfach rauszukriegen, was ich mache. Aber ganz ehrlich, das nutzt dir jetzt auch nichts. Ich werde meine Attacke dennoch beibehalten. Auch wenn du jetzt einen Wechsel machst auf dein anderes Pokémon. Ich wäre trotzdem schneller und könnte dann nochmal zuschlagen. Jo. Ich würde sagen, das war's für Gewaltrow. Patsch! Ciao, ciao! Mal gucken, was jetzt als letztes kommt. Oder war? Frohes Dettje! Au. Diesen Gast habe ich ja total vergessen. Der kriegt gleich mal eine feuchtfröhliche Überraschung, denn ein Impergator mit ein bisschen Wasser am Körper beim Knuddeln. Auf seine Art und Weise halt. Das war ein Frohes Dettje. Gut, Freunde, Impergator hat wieder den Kampf für sich entschieden. Und damit würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. bis dahin. Bis dahin.